Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Bandits und Angels Laufrad. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Laufrad die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Laufrad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Für deinen Nachwuchs ist es unglaublich wichtig, dass er seine Motorik schult. Denn das ist im ganzen Leben lang eine sehr wichtige Fähigkeit, egal ob in der Schule oder später in der Arbeitswelt. Es ist unglaublich wichtig, dass Kinder möglichst früh ihre Motorik trainieren und mit einem Laufrad kann man das natürlich auf hervorragende Art und Weise tun. Allerdings solltest du stets beachten, dass du dich für ein hochwertiges Exemplar entscheidest. Denn die Sicherheit steht hier ohne Frage im Vordergrund. Bei diesem Laufrad hier gefällt mir die materielle Verarbeitung gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich als fair bewerten. Aber gar keine Frage, hier hat einfach jeder seine eigenen Vorstellungen eines fairen Preises. Ich bin der Ansicht, dass ich das Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv sehen lassen kann. Wie bereits gesagt, im Hinblick auf die Sicherheit bin ich der Ansicht, dass man beim Laufrad keineswegs am falschen Ende sparen sollte, sondern auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen kann für ein hochwertiges Exemplar, wie zum Beispiel dieses hier. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch das Design vom Laufrad. Das ist vor allem für dein Kind sehr wichtig, wenn es vielleicht zusammen mit seinen Freunden das Laufrad verwendet. Dann ist es ihm wichtig, dass es eine Farbe ist, die zu ihm passt. Ich würde also einem Jungen jetzt nicht unbedingt ein pinkes Laufrad schenken. Und ja, das nur als Tipp an dieser Stelle. Also was die Eltern schön finden, ist dann halt nicht immer das, was in der Kinderwelt auch gut ankommt. Deswegen versuch dich in deinen kleinen Schatz hinein zu versetzen. Welche Farbe von einem Laufrad könnte ihm gut gefallen. Aber wie bereits gesagt, die Qualität vom Laufrad ist für die Sicherheit am wichtigsten und ich bin der Ansicht, dass die hier in der Tat stimmt, weswegen es von meiner Seite aus eine Kaufempfehlung gibt. Das Amazon-Angebot zum Laufrad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte und wünsche dir und deiner gesamten Familie einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao!